Das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber es ist okay. Ich wollte mich hier ja mal umgucken, und das war das Dorf Foton. Foton. Ich bin mir erledigt. Die Suki-Kyo sind, ob ich es nicht mehr leben kann, oder ob es nur eine運命 verletzt wurde, oder? Das ist... Das ist ... Ein運命 ist sicherlich existiert. Aber ich denke, dass ich das alles entscheidende, was ich nicht so fühle. Oh, ich hab mir das Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht mehr von mir gedacht habe. Ich habe alle einen kleinen und einen kleinen 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 Klagen gesehen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr als die Runde auf einmal getrennt. Ich weiß, dass die Kölner und die Kölner sind. Ich habe das Gefühl, dass ich mich genauso hatte. Ich bin einfach mal von einem Schroen oder einem Schroen oder einem Schroen. Natürlich, das ist mir selbst. Ich bin immer noch nicht. Ich bin Sureich. Ah, das ist das, dass ich die Kölner sagen. Oh, ich bin ja. Ich habe mich hier ernübt, ich großartig umkommen kann in dem Bereich hier oben, weil da immer irgendwas war. Aber ich mag echt die Musik in diesem Gebiet, die ist echt geil. Ich bin ganz gut gespannt, wo ich jetzt bin. Da bin ich und ich wollte jetzt nochmal ganz unten hin. Das heißt, ich werde jetzt hier rechts, würde ich hochzusenken gehen. So. Ach, da oben haben wir gekämpft gegen den Dings. Ah, da ist der große Helion in der Mitte. Ja, da oben haben wir jetzt auch hundertprozentig noch einen Speicherpunkt, wenn wir mal... Ja. Wie ist es das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe nicht gedacht, dass die E츠aires mit demесen Middekunnen unterwegs sind. Ich habe es nicht gehört. Sie haben nicht gesehen, wie ich das nicht gehört. Ich habe es zählte, dass du mit einem Gumbhahn bergerätaines angst. Sokka! Ich bin schon mit dem Land. Das ist alles egal. Welche Land sind wir? Ja, das ist es. Es ist eigentlich ein Land. Sie sind mit den anderen, die ich am Garten zusammengehalten? Das ist nicht so gut. Man kann es nicht so sein. 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 Oh, Mann. Lass aber damit mal gucken, was das hier für ein Cave ist. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo der Eingang zum Aron-Dach-Wald ist. Ach, das hört ich gar nicht. Ich würde ja davon ausgehen, dass das hier da oben ist. Ja, ne, wer lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil. Ja. Ne? Ja. Wenn du den Wald wegzauernst, ist das Izu und Mikulio-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Äh? Was? Wie gesagt hat das? Mikulio. Ja, ich habe keine Gefahr, aber ich habe keinen Begeleidon. Was ist mit Izu-Chi? Oh-oh! Los geht's, wir beide! Ja! Das ist ein grosser Wölf! Das ist... das Arrodite-Morin! Den Wald haben wir noch nie durchquert, ne? Glaube ich. Zumindest. Danke, etwa. Hm. Das ist nicht so, was heute will. Ich will den Namen, die Fischer. Ich will den Namen, die Fischer. Ich will den Namen, die Fischer. Alter, ich will den Maschinen. Ich will den Schaden machen. Sufflet. Ach du Scheiße. Zum Denker. Oh, wait. wahrscheinlich auch nicht dann kann ich aber auch nicht wie komme ich dann daran ich da auch nicht durch ich hab jetzt gesagt ich muss ja durchferschen, aber nö, okay gar nicht, ne? ah, läuft, okay, oh, ähm hallo, großer hm okay, ich hab in diesem Fall noch ordentlich verliehen, ey gleich oh... so müßlich ist dieser scheinste Waldapp ich auch noch so ungeagnet zum kämpfen, weil das so eng hier alles ist ich weiß ich hab mal kurz so wie tauschen kein taumeln bei schaden mit das ist jetzt ein exzentrische schwerstand das da gerade Ach ne, Exxon ist zu schlecht. Ok, man kann außen um die rumgehen. Hier ist sicherlich ein Teil des Schicks. Okay, mal ganz kurz. Ist der irgendwo draußen? Ach, da ist noch nicht voll. Ich kann nicht überfahren. Einfach weiter draußen. Einfach weiter draußen. Einfach weiter draußen. Ach, die Pilze. Essbare und giftige Pilze. Nichts zu sagen? Uff, okay, jetzt bin ich enttäuscht. Was willst du? Kann ich auch wegschnetzeln? Nein, nein. Oh, oh. Mal bitte Platz kurz. Ich brauche mal ganz kurz hier ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ähm... Ah ja, okay. Jetzt hier. Das ist okay. Huch. Okay, ein großer Baum. Wir gehen jetzt hier rechts rum. Okay, wir gehen. Naja. Hm, okay. 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 Okay, wir gehen jetzt hier rein. Okay, wir müssen aufpassen dass wir das auf viele steigen. minna sei sogar der wald ist jetzt schon nicht ohne genau ich würde hier mal kurz ja ich weiß dass du da bist haben sie auch nichts zu sagen weil nämlich verarschen das jetzt doch so 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 Niiiih! Ah! Warum? Flügelring? Tapas-Montur? Das heißt, wir sind ja schon mal... ...warte mal, eine Tapas-Montur ist ja bestimmt für die Damenwelt, ne? Aber warte mal, den Flügelring, der ist jetzt für die... ...warte mal, den Flügelring, der ist für die... ...warte mal, den Flügelring, der ist für die... ...für die Damenwelt... ...Darmenwelt, genau, Damenwelt. Nee, okay. Mir ist hier aber auch ein bisschen viel am Platz. Äh... ...gibt halt viel MR, nimmt halt 28, nee. Ach, sie hat schon einen, oder? Ist der MR besser? Nein, ist er nicht. Gibt die beiden, der Flügelring... ...hups! Oh! Warte mal! Hätte sie da unten in 5, ne? 40 weniger magischen Schaden für so wenig... ...ja, für mehr Genauigkeit, hm? Nee. Äh... ...der gibt nur das... ...der Flügelring gibt das und das, okay, dann ist schlechter. ...der Plop... ...Ploppli? Okay. Gibt die 3... ...und der Flügelring gibt den und den. Den hat sie aber schon. Das heißt, ihr würdet... Okay. Dann guck ich bei den Damen doch nochmal, was die Top-Past-Montur sagt. Definitiv nein. Definitiv nein. Und Ätna... Ja, okay. Da, da, da und da. Sie verliert zwar zwei Dreier, aber für mehr Rüstung und... Okay, die kriegt sie. Ist okay. Ähm... So... Ich muss doch noch reingucken und... Das ist halt nicht einfach okay, weil die alle so riesig sind und zusammenstehen... ...ist das einfach so easy, da einfach reinzuschnitzeln mit Feuer. Ja, 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 ja. Ist gut. Und ich wollte hier nur in die Ecke rein. Ach, lecko mio grando, alter. Nicht jeder ist hier aktiv, so wie das aussieht, oder? Ich glaube, man kann sie unterscheiden. Ja, man sieht es tatsächlich.